bisher hat nicht da die ist nicht da so schön ja das ist so gut da kommt jetzt auch gleich die nächste panzer für dich heißt die dann ist glaube ich bin panzer rumfahren und alles für mich auf ein panzer für mich schießt mich dann das auto hat er fährt von mir weg wo bist du denn ich habe jetzt einen auto ich glaube auch halt und fahre jetzt mal zum ziel und einsteigen schnell ich fahre los in 321 ich bin hinter dir her weißt du wo auch jemand so ich bin für mich verfahren uns in den zum blauen Punkt es würde mich anfangen Martin vor Ort so voll so aus und zu holen war er macht mehr Panzerwarten weil die Wiedler waren nicht so ist labalismus labalismus alles verballern ist alles kaputt machen da 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 auch gut so die 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 fahrer die hier so rumfahren diese vierecke da geben glaube ich am meisten pünktchen ja ich töte einfach irgendwelche versanden am straßen auch noch sieht gut aus ich töte leicht einfach bei diesem bei diesem großen weiße was ich meine anscheinend sicherlich ich bin abraham abraham lincoln abraham lincoln abraham lincoln abraham lincoln und abraham äh, guck mal, da müssen wir aufpassen, wieder auf was wir sagen, weißt du? Achso. Ja. Du musst mich etwa linken? Linken. Ich fühl mich jetzt echt gelinkt. Boah. Ah, fein! Boah, verdammt, alles explodiert, ich bin total durcheinander. Silber! Oh, ich will das Teil immer haben. Kann ich das irgendwie in meine Garage packen oder so? Ich hoffe, Gold schaffen wir nicht mehr. Wird eng. Wie gesagt, kann ich das irgendwie in meine Garage packen, weißt du das? Oh, ich glaube nicht. Und das war's. Wollen wir nochmals? Okay. Okay. Yeah. Nieses Mal Kimo Goldsatz geht. Ich bin vorfahren. Mein PC nur im Hintergrund. Hm, so schön. Den Staubsauger. Ja, der MVG, der ist jetzt echt gerade echt laut. Oh Gott. Den kenne ich ja gar nicht so, weißt du, kenne ich den so. Ich kenne ja eigentlich sehr leise. Der ist sehr freundlich. Oh, oh, komm, noch her! Ja! Einfach, weil es Spaß gemacht hat. Ja. Jetzt müssen wir wirklich schaffen. Also 1,2 Millionen. Ich denke, wir verteilen uns ein bisschen. Ich fahre mal hier nach links. Jetzt erstelle einfach die ganzen Ziele. Auf der Web. Ich denke, es ist Zeit, dass du überraschst. So. 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 Wow. Das macht echt Spaß. Wir haben schon echt mit dem Boxen wieder. Hm. Haben wir aber auch nur noch eine Minute. Hi. Hi. Na. Wie geht's? Schönes Wetter, oder? Ja, doch. Lässt sich gut rumballern bei dem Wetter. Ja. Du kannst in die Richtung laufen, wie du gerade herkommst. Eine schlechte Idee. Glaub ich auch. Meine Richtung wäre aber auch eine schlechte Idee gewesen. Also beides irgendwie schlecht. Herr, dich zurückfahren, das ist verdammt. Ja, das ist nicht so leicht, wie es sich anfühlt, wie es sich anfühlt. Wollte ich gerade sagen. Oh, es fühlt sich so leicht an. Boah, ich fühl mich jetzt echt hier, äh, bleiben sagen, echt angeleert von den Dietern. Sowieso. Aber ich find's schön, ich find's schön, dass sie so viel, äh, sehr einfach zu dir herkommen und dir sagen, ach guck mal, hier ist was, was du töten kannst. So, Silber, kenne er ja schon. So, hier, bei Schmuck, festgesteckt. Ne. Das hat der Panzer, aber... Wollt grad sein, der geht nicht kaputt, aber der geht kaputt. So, alle töten. Okay, war nicht mehr als letztes Mal, ne? Oder? Ja, doch, ein bisschen. Los, 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 los. Das können wir noch schaffen. Nein! Nein! Komm, aber nochmal machen wir es jetzt nicht. Ja, aber es hat Spaß gemacht halt einfach. Es hat echt Spaß gemacht. Ich mach's immer kennen. Ich hab fast geschockt. Ja. Ganz knapp. Naja. Aber wir haben jetzt Geld, jetzt können wir uns... Kann ich mir meine Sniper kaufen und dann sind wir alles zufrieden. So sieht's aus, lieber Kollege. Genau. Bitte drücken Sie weiter, danke. Ja, äh, immer doch, immer. Kennst nicht. So, ich wähle mal das nächste aus. Was haben wir denn jetzt in Aufträgen? Ne, Mission haben wir keine mehr, dann machen wir jetzt mal die primäre Aufgabe, die Flucht. Sprich aus der Simulation. Okay. Die ist, die ist auch geil. Die ist geil. Tja. Ähm. 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 Got it. Fill me in, Kenzie. What do we know about the Zen invasion? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. So, according to what I've been able to decide from the Simulation is designed to have the brightest and the brightest specimens from various worlds. The best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Okay, so we got people left on Earth. Good to know. Once you're free from this simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. Where, where am I in the real world? Like, what are they doing to my body? It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. I'm on the way. Bist du auf dem richtigen Weg? Wait, is that it? You're not on it. Der war irgendwie scheiße, ey! Oh, wie hier Geisterfahrer? Oh oh. Immer dieser Geisterfahrer. Und er ist immer Ben! ich hab jetzt keine voll Bock auf Minecraft ganz ehrlich ja ist das ganz schlimm wenn du drin bist ne ja also ich hab's ich hab's ja eine Zeit lang auferkriegt und gesehen gesuchtet muss ich dazu sagen aber ähm so viel mehr so viel und wenn du jemanden hast mit dem du zocken kannst macht das dann schon eine ganze Weile ja ich hab ja äh immer alleine gespielt das Ding ja da geht's schnell die Lust weg also da das hat bei mir zwei Tage gehalten hat schon kein Bock mehr weil alleine ist halt doof so tschür auf tschür auf der lenkt so scheiße wie der warm so ist komisch hey Casey die Tür ist lockt tschüss offen äh wie höre falsche Tür Rundur muss die helletür äh was so oh good job eh oh hat bisschen lange gedauert hehehe bis sie endlich trau dich komm das Licht das Licht hey wenn ich mich so angucke ich sieht total scheiße aus mhm ja ja wow das Licht willkommen zu der reale world alles warum das war ein Satz aus Matrix achso boah geht das schnell jetzt jetzt nicht kotzen bitte hi Mann oh hör dann guckt nicht hin oh wo denn da ll wei wei weii wei wir durften nie wieder so feiern ey boah ist nicht ich fühlte wie ein Toilette um einen Bus stopt Ich bin weg. Ich bin raus. Ich hab doch gesagt, ich bin raus. Hör mir das nächste Mal zu. Nie wieder drüber. Boah ey, was für Probleme. Schon wieder gekotzt ey. Aber die Frisur sitzt. Ja, auf jeden Fall. Drei Wetter tauscht. Wo ist Kinsey? Wo ist Kinsey? Ich muss zum Schalter kommen, dann kann ich die Tür öffnen. Was für den Schalter? Hier, bei mir. Was für eine Tür? Was für die Tür? Hey, was machst du? Oh. Den hab ich nicht kommen sehen. Hm, ich auch nicht. Ach, schon gescheit ist es wegen, okay. Ja, mein Partner hat wohl getötet. Och, der ist so schlecht, ey, der Typ. Aber wir sind wieder an der Stelle, glücklicherweise. Ich versuche mir mal hinterher hinzustellen. Mal gucken, ob ich das kriege. Das bringt nix. Ich muss leider reagieren. Was machst du denn? Nimm ich so. Gib mir das. Gib mir das. Meins. Läuft. So. Oh, was ist das? Hey, da ist ein Mensch! Ich kooperiere gerade. Oh, ja. Oh, hi. Oh, ich hoffe, du bist auf deinem Weg, Kenzie. Alien killer. Oh, ich hoffe, du bist auf deinem Weg, Kenzie. Oh, ja. Ich verstehe. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Oh, ich hoffe, du bist richtig. Ja. Ja. Ich sehe es echt gut. Okay. Hallo, ich bin begeistert. Oh, ja. Ich benutze ja gar kein Gamepad mehr. also ich hab ja auch gar kein Ziel deswegen kann ich auch nicht benutzen und ich wäre glücklich wenn ich es mal wieder kriegen würde tja jetzt ziehst sie ja weg, ne? Wolltest du es dann herkriegen? ja äh sie hat eins, sie hat eins, sie hat eins daher ist das ja eigentlich ganz gut also das kostet ja auch nicht so viel ja aber ähm weiß ja, man muss jeden Cent sparen K pretending ? was der Kerl ist ? alsließlich ist es halt alles ein illuminierer geworden früher konnte ich das Geld noch so ausgeben so einfach, denen z pretty und damit für succ einen ticking eh was keine Ahnung, werde er nicht gern? sehn kleiner stehn We kill enough of you! I'll just build a ladder back to her! Be happy! Be happy! Come at me! I'm kill the last one of you! Private talk? Ist denn zufällig eine Granate? Ja, äh... Ich bin jetzt nicht! Was ist denn die Zweitwaffe, die wir da haben? Haben wir eine Zweitwaffe? Ja! Warte mal! Ach cool! Ist doch cool, oder?